Hallo Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eure YouTube Abos auf öffentlich stellen könnt, damit ihr, wenn ihr während eines Livestreams abonniert, auch angezeigt werdet. Ja, das geht eigentlich auf der Webseite ganz einfach, also auf der YouTube Webseite, wenn ihr am Laptop oder am Computer seid oder was auch immer, da geht ihr einfach auf euer Kanalbild, auf die YouTube Einstellungen, Datenschutz, nehmt diesen Haken hier raus, drückt auf Speichern und das war's auch schon. Dann solltet ihr angezeigt werden. Solltet ihr nicht an einem Desktop Gerät sein, sondern an einem Smartphone, dann ist das ein bisschen komplizierter, aber auch nicht wirklich und zwar geht ihr dazu einfach hier auch oben auf euer Kanalbild, dann auf mein Kanal, ich hab dafür jetzt einfach mal ein bisschen was abonniert und dann drückt ihr hier auf dieses Einstellungsrädchen und da habt ihr hier auch den Punkt alle meine Abos als Privatkenn zeichnen, den stellt ihr aus, so wie er jetzt hier schon war. So, oder falls ihr noch eine ältere Version habt, die das hier, dieses Zahnrädchen dann nicht hat, geht ihr hier auf eure Abos, drückt ihr da immer drauf und dann habt ihr hier auch den Datenschutz für die Abonnenten und dann kommt ihr auch zu dieser Seite, wo ihr das ausschalten könnt. Also eigentlich alles gar nicht so schwer und ja, wenn ihr jetzt nämlich abonniert, dann, Moment, ich kann das mal ausprobieren. So. 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 Abonnieren. Und. Na. Streamlabs. Machst du nicht. Schade. Ah. Ah. Jetzt ist er da. Genau. Okay. Ja. Haha. Also alles gar nicht so schwierig. So. Jetzt deaboniere ich natürlich wieder, weil ich möchte keine Aboleichen hier haben. Ist ja schließlich mein Account. So. Das war's auch schon. Ich danke euch fürs zugesehen haben und bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Ciao.